Technik an der dualen Hochschule Hier werden Theorie und Praxis sprichwörtlich miteinander verzahnt. Bei einem dualen Studium schließt du einen Studienvertrag mit einem Kooperationsunternehmen der Hochschule ab. Für die Bewerbung solltest du etwas Zeit einplanen. Am besten eineinhalb Jahre vor Studienbeginn. Im Studium wechselst du dann alle drei Monate zwischen einer Theoriephase an der Hochschule und einer Praxisphase im Betrieb. Und während der gesamten Zeit erhältst du ein festes Gehalt. Wer gerne tüftelt, ist im Bereich Technik gut aufgehoben. Ob du als Kind lieber mit Autos oder Puppen gespielt hast, ist dabei übrigens völlig egal. Im Bereich Technik findest du Studiengänge von A wie Automation, über B wie Bauwesen bis zu W wie Wirtschaftsingenieurwesen. In allen Fächern lernst du die Grundlagen des Ingenieurhandwerks, zum Beispiel Materialkunde, Konstruktionslehre und Elektrotechnik. Auch Mathe und Physik sind wichtig. Damit das nicht zum Stolperstein wird, gibt es oft spezielle Vorbereitungskurse. An der dualen Hochschule kannst du alles, was du lernst, direkt anwenden. Hast du Lust, sofort loszulegen?